Hi meine Lieben, ich wünsche euch nochmal ganz offiziell ein frohes neues Jahr. Das ist ja jetzt mein erstes Wochenend-Special und die nehme ich ja immer ganz frisch auf. Und wie letztes Jahr möchte ich auch dieses Jahr meine Wochenend-Specials damit beginnen, euch ein wenig vorzustellen, was dieses Jahr alles wichtig wird und was euch vielleicht auch auf meinem Kanal erwartet, beziehungsweise auch vielleicht beruflich. Von Frameworks über Sprachen bis hin zu Technologien und natürlich dem Inhaltlichen. Und anfangen möchte ich mit App Development. Warum? Naja, weil der Markt für Apps einfach noch immer wächst, während der Rest allmählich sogar wieder ein bisschen kleiner wird. Und ihr fragt euch jetzt vermutlich, was für Inhalte brauche ich denn noch als App? Es gibt doch alles. Alles war schon mal da, man hat alles, was man braucht. Das stimmt aber nur so halb. Es gibt immer wieder ein paar Newcomer, die dann doch das Leben erleichtern können. Aber ja, das meiste ist in irgendeiner Form da und um sich von denen abzuheben, zum Beispiel irgendein neues Social Media oder zum Beispiel ein besseres PayPal, zu entwickeln, muss man nicht nur gut Software entwickeln, sondern vor allem unfassbar gutes Marketing machen. Um die Features geht es da meistens eher weniger. Deswegen, das ist nicht unser Thema. Aber wir wollen uns zunächst mal angucken, was die technischen Skills angeht, die man erstmal als Basis braucht und was es dann für Technologien gibt, die das Ganze wirklich neu machen, die jetzt erst richtig möglich werden. Also, was die technischen Skills angeht, ist in der App-Entwicklung eigentlich immer noch alles recht klar. Ähnlich wie letztes Jahr auch. Dart & Flutter oder React Native sind super gute Optionen, die ein schnelles und für alle, die ein schnelles und sehr leicht zu entwickelndes Interface brauchen, weil man eben sehr schnell zum Ziel kommt. Das habt ihr in der Serie auch gesehen zu Dart & Flutter, die ich letztes Jahr gemacht habe. Kotlin und Swift sind die dementsprechenden Pendants, die nativen Sprachen, mit denen man dann die letzten Features der App wirklich ausreizen kann. Kotlin für natürlich Android und Swift für iOS. Das heißt, wenn ihr da wirklich was natives entwickeln wollt, entwickelt ihr halt dummerweise zweimal. Aber die ganzen Technologien sind ja eigentlich erstmal nur der Grundbaustein. Spannend ist doch eigentlich, wie man das Ganze jetzt einsetzt. Lasst uns also eher über Felder reden, die bisher noch zu viel Leistung gebraucht haben, die jetzt aber allmählich spannend wären. Und da wäre natürlich zum einen mal das Feld der künstlichen Intelligenz. KI an sich erfüllt ja selten einen Selbstzweck, kann aber wahnsinnig gut kombiniert werden mit einer Idee, die ihr zum Beispiel habt. Robotik zum Beispiel oder irgendeine Kombination mit dem Internet of Things oder Smart Home. Da braucht man meistens irgendwas mit KI oder zumindest mal Datenanalyse, um ein zum Beispiel gutes Konzept zu erstellen für so eine App. Das betrifft natürlich auch Assistenzsysteme. Sowas wie Chatbots sind mittlerweile überall, aber leider sind sie gefühlt noch wahnsinnig schlecht. Also ich weiß nicht, ob ihr mal den von Amazon benutzt habt. Der ist nicht so... Einen richtig guten Chatbot, am besten noch integriert mit Sprachsteuerung. Das wäre schon geil, aber es ist scheiße schwer zu finden. Und auch im betrieblichen Umfeld kann man mit einer App in Kombination mit KI extrem viel erreichen. Stellt euch einfach nur vor, der Techniker rennt dann halt einfach mit dem Tablob drum, um dann eben die ganzen Dinger zu überprüfen. Irgendwelche Sensoren, die automatisch Sachen überwachen, aber dann zum Beispiel in der App ausgewertet werden oder zumindest die Ergebnisse, die dort zusammengetragen werden. Oder KI-Assistenzsysteme, um nur ein paar Beispiele hier zu nennen, die man dann zum Beispiel beruflich einsetzen kann. Aber wie baut man das jetzt? Wie baut man das vor allem in eine App ein? Das ist so eine große Sache. KI ist da sowieso so ein kleines bisschen Problemfall oder komisch vielleicht, denn sie braucht sehr, sehr viel Leistung. Man kann KIs jetzt also on-Device laufen lassen, also auf dem Smartphone direkt, dann hat man aber häufig Performance-Probleme bei irgendwelchen größeren Projekten. Oder man lässt sie in der Cloud laufen und holt sich dann einfach über die App nur die Ergebnisse. Dann hat man aber häufig mit dem Datenschutz ein bisschen zu kämpfen. Es kommt also ganz darauf an, was eure KI macht, was ihr da eigentlich braucht. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit für beides. TensorFlow ist mittlerweile auch mobil erhältlich, wenn auch ein bisschen abgespeckter Form. Entscheidet ihr euch allerdings für die Cloud-Lösung, dann ist das wie eine reguläre Microservice-Architektur, also im Web-Development-Bereich angesiedelt. Und wir haben uns ja da auch schon mit einigen Sachen befasst. Ja, ich erinnere jetzt mal ganz kurz an letztes Jahr, Python, NumPy, Pandas und die ganzen Plotting-Bibliotheken. Das ist natürlich sowas, das kann man wunderbar auf dem Server laufen lassen und die Ergebnisse zieht man sich dann einfach in seine App rein. Perfekt eigentlich. Man kann sowas dann aber natürlich auch in der App machen, wobei es da, wie gesagt, etwas schwerer wird. Und grundsätzlich könnt ihr das auch, ja, eigentlich so machen. Und TensorFlow ist natürlich auch etwas, was ganz weit oben bei mir auf der Liste steht. Was ihr da braucht, wie gesagt, ihr wisst, wo ihr das reinpacken sollt. Okay, jetzt kommen wir mal zum nächsten Bereich, und zwar der Gaming-Markt. Der weitet sich auch immer mehr auf Mobilgeräte aus, denn, naja, die Gruppe der Leute, die richtige Konsolen haben, ist deutlich kleiner als die, die ein Smartphone haben. Oder ist es etwa mittlerweile einfacher geworden, eine PS5 zu ergattern? Ich glaube nicht. Wie dem auch sehr. Die Zeit der furchtbar hässlichen Smartphone-Games ist zwar nicht so ganz vorbei, aber grundsätzlich gehen würde auch was anderes. Wir sehen immer mehr richtige Studios, die zum Beispiel ihre Games auch für Mobilgeräte veröffentlichen und dabei häufig nicht mal zu große Abstriche bei der Grafik machen müssen. Und sollte das nicht reichen, gibt es immer noch Cloud-Gaming. Da wird ja dann das Game in der Cloud gerendert und einfach nur zu euch übertragen. Wobei man dafür schnelles Internet bräuchte. Vermutlich schaffen wir es dann in Deutschland vorher, schnelle Handys zu importieren, als schnelles Internet zu bauen. Aber wie baut man sowas? Hier kann man natürlich auch auf Kotlin oder Swift zurückgreifen. Gaming ist wahnsinnig rechenintensiv, deswegen mit Dart und Flutter wird das wahrscheinlich nicht ganz funktionieren. Die laufen ja nicht komplett nativ auf den jeweiligen Konsolen. Äh, Smartphones. Ihr seht, was ich meine. Aber es geht viel einfacher, als Kotlin oder Swift zu verwenden. In der Praxis werdet ihr hier wahrscheinlich viel eher eine echte Engine verwenden wollen. Unreal Engine oder die Unity Engine zum Beispiel sind hier die großen Player. Zur Unreal Engine habe ich ja schon einiges gemacht. Die Unity Engine habe ich mir privat schon vorgeknüpft, aber die Unreal Engine 5 sieht einfach viel zu geil aus und vermutlich werde ich das möglichst bald auch als Tutorial für euch machen, wenn ihr da drauf Lust habt, natürlich. Wo wir schon beim Thema 3D und Gaming etc. sind. Meiner Meinung nach wird 2022 auch Virtual Reality einen wirklichen Boom erleben. Das liegt jetzt nicht zuletzt am Metaverse, auch wenn ich dazu wann anders ein bisschen was sagen möchte, okay? Ja, man kann natürlich auch mit dem Smartphone VR erleben. Und zwar schon recht günstig, also preisgünstig mit solch einer komischen Brille, wo man einfach das Handy vorne reinklemmen kann, aber dadurch ist die Einstiegshöte halt deutlich geringer als eine Oculus. Und naja, was das Handy kann, reicht zumindest mal aus, um einfache 3D-Umgebung zu simulieren. Ich habe vor einer echt langen Zeit eine VR-Welt mit dem Handy gesehen, die einfach nur einen Flug ins Weltall simuliert hat. Und das war schon ziemlich cool. Bindet man das jetzt noch sinnvoll in eine App ein, kann man das definitiv cool verwenden oder machen, erstellen. Und grundsätzlich erfordert das auch nicht mehr Technologien als ein Game. Die Unreal Engine zum Beispiel konnte schon VR, also die alte Unreal Engine, wenn ihr so wollt. Und natürlich kann man das noch sehr viel mehr erweitern. Also ich kann natürlich auch einfach alles, was ich normal als Game habe, als VR-Game rendern. Dann mache ich halt einfach zwei Augen und habe das Ganze schon in 3D. Das ist eine riesige Sache, die man natürlich dann mobil nicht mehr hat, aber man hat quasi seine VR-Brille durch sein Handy schon, was echt cool ist. Allerdings, auch hier wieder wird die Leistung natürlich vom Smartphone ein bisschen limitierend und man muss eventuell auf Cloud-Gaming zurückgreifen. Das kommt dann aber natürlich immer drauf an und grundsätzlich möglich ist es ja schon. Gerade aber immer noch in Zeiten von Corona erlebt die möglichst menschennahe Simulation ja einen Hype. Wie gesagt, Metaverse, werde ich noch separat irgendwann behandeln. Aber ja, der Gedanke trifft auf jeden Fall den Zeitgeist. Wir haben auch jetzt gerade letztes Jahr gesehen, wie viel doch eigentlich über Video-Meetings gegangen ist, wie viel wir Kontakt hatten zu anderen rein über Online. Und ich denke, auch das wird kommendes Jahr nochmal eine Rolle spielen. Video-Meeting-Apps, die einfach und schnell sind und zugleich kostenlos, sind auf dem Smartphone immer noch nur so halb angekommen. In Kombination mit Gaming oder VR zum Beispiel, könnte man sich nicht mehr nur so über den üblichen Discord-Call zum Zocken verabreden, sondern halt auch tatsächlich sich sehen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Könnte durchaus eine spannende Chance sein, auch das irgendwie noch zu integrieren. Aber grundsätzlich Video-Meetings werden da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr kommen. Aber wir wissen ja alle, warum wir eigentlich hier auf dem Kanal sind. Ich bin mir absolut sicher, dass 2022 auch das Jahr der Mobile Security wird. Darauf wird momentan noch nicht so viel Wert gelegt wie bei manchen Web-Services. Und ich habe echt ein bisschen Bammel, was da noch alles lauert. Auch was Anonymität angeht, denke ich, wird sich mehr tun. Momentan sind viele Datenkraken da draußen, die euch die App ja zwar gratis anbieten, aber dann doch Daten sammeln. Ich glaube nicht, dass sich das Modell, also das Geschäftsmodell, Datensammeln dauerhaft weiter lohnen wird. Denn Google und Facebook haben ja mittlerweile alle Daten, die irgendwie interessant sein könnten. Und sofern man natürlich die Dienste nutzt, das ist klar. Und als kleiner App-Entwickler lohnt sich das oftmals gar nicht mehr. Zum Glück muss man sagen. Einige größere datenschutzgetriebene Anbieter bieten ja mittlerweile auch ihre Dienste als App an. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch deutlich mehr wird. In dem Zuge sei auch mal ganz kurz das Web3 genannt. Das sind quasi Web-Anwendungen, aber eben auch Apps, die im Hintergrund auf eine Blockchain zugreifen, wo sie ihre Daten zum Beispiel speichern können. Das hat natürlich enormes Potenzial, gerade im Feld Open Source und eben Privacy. Denn ja, der Blockchain-Code ist in der Produktion wirklich öffentlich. Also das, was wirklich läuft auf dem Server sozusagen, das ist Public Code. Und das wird dann natürlich auch von immer mehr Diensten aufgegriffen. Metaverse und NFT-Games hier mal nur so als die berühmtesten Vertreter genannt. Was meint ihr? Was wird wichtig im Jahr 2022? Und welche Technologie kann sich durchsetzen? Und wo vor allem wollt ihr Tutorials sehen? Das ist natürlich für mich immer mega wichtig. Oder könnt ihr vielleicht schon ein paar Dinge in dem Bereich? Dann habe ich auch was für euch. Ja, ihr ahnt es schon wieder. GetInIT ist wieder am Start. Denn die Welt da draußen sucht Entwickler so verzweifelt, wie ich meinen morgendlichen Kaffee. Bei GetInIT könnt ihr euch kostenlos registrieren und ein Profil ausfüllen, welches euren Lebenslauf und euer Skillset widerspiegelt. Ihr seid gut im App-Entwickeln zum Beispiel, dann schreibt das da rein. Habt ihr euer Profil vollständig ausgefüllt, melden sich die Firmen, die euer Skillset brauchen bei euch. Und ihr könnt sie kennenlernen. Für euch bleibt das Ganze natürlich komplett kostenlos. Und warum ich das so gerne empfehle, ist tatsächlich, dass einfach ein Großteil, also über 80% der Leute, die sich über meinen Link angemeldet haben und das Profil dann auch vollständig ausgefüllt haben, über 80% haben schon ein Jobangebot tatsächlich bekommen. Und das finde ich halt einfach eine tolle Win-Win-Situation für euch. Daher, here you go. Vergesst aber trotzdem, nachdem ihr euch angemeldet habt, natürlich nicht mehr eure Ideen und Wünsche zu schreiben. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Wir hören uns bis dann. Ciao.